aus die maus captain blaubeer haben wir gerade noch gesehen in der sendung mit der maus und gehört und der schauspieler der ihm über 20 jahre lang seine stimme geliehen hat wolfgang fölz ist letzte woche gestorben er wurde 87 jahre alt wir sind sehr traurig und werden ihn vermissen aber mit dem blaubeeren bleibt seine stimme in der sendung mit der maus natürlich unsterblich ein